Hallo und willkommen liebe Skylangers Fans zu einem neuen Wunsch-Duell mit dem Marcel. Und dem Marcel. Ja, hi. Hi. So, und Alex Aetna wünscht sich Lightning Road gegen Drill... Sehr geahnt. Sergeant. Der Drill-Sergeant. Ja, und wie du siehst, habe ich nur noch ein paar Arenen, weil meine Festplatte ja abgespackt ist. Ja. Habe ich dir erzählt. Ja, hast du mir das mal erzählt. So, so ein Aufgangstürmer. Zack, ich fange an. Ich nehme Lightning Road. Mit Zauberhut. Ich hoffe, das stört nicht. Nö. Und dann du. Ja, ich den Drill sehr geahnt. Der Drill sehr geahnt. Da ist er. Ist das cool, ey. Jetzt weiß ich auch, wie Sergeant geschrieben wird. Da habe ich mich noch nie drüber Gedanken gemacht, ne. Wie Sergeant geschrieben wird. Warst du lieber ja Bundeskern? Ne, war ich leider nicht. Ich wurde leider ausgemustert. Ja, ich auch. Ich wollte gerne, aber ich durfte nicht. Ja, ich wollte nicht und ich durfte auch nicht. Ja, läuft. Ja, sowieso. Bist du bereit? Ja, sicher. Ja, dann wünsche ich dir für Glück. So, jetzt soll ich mal gucken hier. Der hat so riesen Bohrer da dran, ey. Da denkt man, der kann bohren oder so. Ja, kann der bestimmt auch, aber ich kann Blut zuschießen. Was macht der denn hier noch? Achso. Ja, ja. Kannst du mal bitte abhauen noch mit dem? Was, mit den Blitzen? Ne. Immer weg da jetzt. Ich nicht. Oh, jetzt hier wieder den Megablitz. Zack, zack, zack. Du kannst mich auch Gott nehmen. Oh, aber gleich. Hau ab mit dem Ding in die Zeit. Das ist doch scheiße so weit. Ich sag, hau ab jetzt. Boah, der kann ja nichts. Boah, ich war da in den Boden rein oder irgendwie was. Ja, ist schön. Bin ich jetzt kaputt, ja? Ja, sicher, was denn so? Mein Gott. Ja, toll. Das war doch. Ja, sicher. Der ist auch scheiße, der kann mit. Der Drillzage. Ja. Ohne Scheiße, der kann wirklich nichts. Der ist genauso doof wie sein Name. Sehr geahmt. Nein, aber der ist nicht so toll. Drillzage taucht überhaupt nicht. Nee, der taucht nicht. Kann ich dir so und euch auch so sagen. Ich sag mal so, wer mit ihm gut spielen kann, hat meinen vollen Respekt. Ja, der sieht gut aus, aber der kann nichts. Ja, der hat so riesen Bohrerleine Arme, da denkt man, der kann sich so in den Boden reinbuddeln oder so, weißt du, oder irgendwas aus dem Boden rausschießen oder so, aber der kann nichts. Ja, gut. Steck's nicht drin. Da steck's nicht drin. Alles klar. Dann danke fürs Einschalten. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.